Brasilien ST Ich guck das jetzt einfach nur für dich schon mal einzeln nach, oder wobei, ja Ist es R9? EA? Oh mein Gott, what? Was seh ich hier? Oh mein Gott, oh mein Gott! 94er, oh nein, du! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Jumbo, klipp das bitte! Oh mein Gott! Hä? Digga, bin ich doof, oder hat er den nicht gehalten, den Ball? Doch! Fuck man, ich muss noch Weekend League spielen, aber keiner hat... Hö! Kein Bock! Mein Schnell hat auch gar keinen Bock! Bitte helfen Sie mir! Ich bin in Gefahr! Ach du Schebab! Was muss ich hier sehen? Ich hab ja kein Problem mit irgendwem da. Ja, aber die Leute unter sich vielleicht. Ey, Neymar! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Jungs! Oh mein Gott, Neymar, Neymar, Swellcarts! Oh mein Gott! Mama, ich hab Neymar gezogen! Ich hab Neymar ge... Jaaa! 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 Das meinen die nicht ernst. Das meinen die doch nicht ernst, oder? Signature-Karten sind echt noch mal gut gestiegen. Hahaha! Oh nein! Da erobert er den Ball. Also das wollte er so sicher nicht. Er trifft ins eigene Tor. Ich hab David Tidona gezogen! Ich glaub das nicht! Ich glaub das nicht! Ich glaub das nicht! Ich glaub das nicht! Hey! Bei der Antwort. Ach so. Ich hab doch... Oh mein Gott! Jaaa! Perfekt! Clip! Jo, mach das mal! Oh oh! Ne! Ja, Clip! Nein! Ja, Clip! Den Clip kannst du jetzt machen! Ich hab die auch nur das spü... Was ist das denn? Oh nein! Kiesa! Bitte nicht Kiesa! Der hat doch kein Tor geschossen, Freunde! Ich hab so Angst! Nein! Nein! Was? Es geht weiter! Ah! Ah! Billy! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Billy! Oh mein Gott, Billy! Oh mein Lieber! Oh, zurück! Egal, neue Taktik. Hab ich grad ausgedacht. Ah! Boah, das ist so gut die Taktik! Oh! 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 Ohohohohoho! Wow! Ortega einfach so gut! Wahrscheinlich Ortega so gut, ne? Keine Chance. Das, wo Lukaku einfach doch noch rum ertummelt! Ey, da krieg ich... Da krieg ich Herzkasper bei! verdammt Sport! Jaa! Ja! 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 Jaar! Ja, wa... Nein! Was? Ronaldo? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich bin so dumm! Was.. was ist das Problem? Hä? Ich.. bruder.. Ich hoffe, dir gehts gut soweit. Ich hoffe.. JA, 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 JA! Oh my god nein.. JA wir sind auch daaaa, wir sind auch daaaa! VOR SCHAUPEG! ein tor noch und das habe ich gerade nicht gesehen das habe ich gerade nicht gesehen wirklich auch so bad irgendwie ein passspiel obwohl er so eine heftige karte hat was macht mein torwart bitte gönn CINOLA was geil das ist CINOLA der schaut aus wie CINOLA na oh mein gott krieg ich hier irgendwann nervenzusammenbruch Patrick Digger Patrick macht einen Feierrückzieher mit links rein ok let's go ok let's go und dann kassier ich das tor fache es mit rechts dieser 89er kann 10er und den spielen voll viele oh shit mein shop ist leider kaputt oh ja endlich spanien ja Adama sogar Adama da sind wir doch und er ist nass leider jetzt draußen lass es oh my oh my oh my oh my hast du es gesehen Bruder hast du es gesehen DINATAL hast du 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 gesehen DINATAL für eure Team eure Mutter Pompini Kinotti Soldi Cash EU Team in FIP ich habe ich habe ich habe das Kling in FIP und jetzt noch das saftige Maybe you should play Squat Battles. Und jetzt gibt es noch ein paar Affen hinterher, Digga.